Moin Freunde und willkommen zurück auf meinem Kanal. Willkommen zu einem weiteren Türchen in meinem interaktiven Adventskalender 2019. Und euch allen einen wunderschönen dritten Advent. Ja, der dritte Advent. Wie schnell, wie schnell die Zeit doch rennt. Heute habe ich nochmal ein Messer für euch. Es ist diesmal eines von der Maxi aus der Altona Silberwerkstatt. Liebe Maxi, ganz ganz herzlichen Dank. Ich habe euch gestern das Leon Ma Lannys Clip, oder Lannys heißt es glaube ich nur, ist auch egal, zeigen dürfen. Das heißt, ein echtes Highlight aus dem doch gehobenen Preissegment. Und was ich euch heute zeigen kann, ist eines aus dem absoluten, ja fast absoluten Budgetbereich. Gibt halt immer noch günstigere. Das brauchen wir nicht drüber reden. Aber das, was ich hier für euch habe, von Manly, das Wasp in der Version 14C28N Toxic. Ja, einfach großartig. Ich hatte es selbst in dieser Version noch nicht in den Händen, das Manly Wasp. Genau wie das Comrade oder Comrade ein paar Jahre zuvor. Ein absoluter, absoluter Mega-Seller. Ich habe das Wasp schon in verschiedenen Varianten vorgestellt hier gehabt. Habe auch über die Probleme berichtet, die es damals gab, dass die Klinge aufgeschlagen ist und es dort immer eine Delle in der Schneide gab. Dies ist wohl mittlerweile behoben. Das ist gut so. Manly hat da sehr schnell und sehr zuvorkommend reagiert. Ja, und mittlerweile ist es halt so, dass es das Wasp dann tatsächlich auch schon mal in unterschiedlichen Variationen gibt. Wie jetzt hier in der Black & Toxic Variante. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das Teil gefällt mir richtig, richtig gut. Slip Joint, Klingenzentrierung, absolut, spot on. Fantastischer, gebogener Clip, vorne ein bisschen abgeflacht, damit er nicht so in die Hand piekst. Absolut Deep Carry, fantastisches Teil, umsetzbar mit Insert. In der Preisklasse ein absoluter Brecher, absolut großartig. Wunderschöne, ja, ich würde schon sagen, satinierte Rückenfeder. Das fühlt sich alles top an. Hier ist alles super angepasst. Der Abschluss der Rückenfeder ist top. Natürlich haben wir wieder die Stops. Die einen nennen es ein Sicherheitsfeature, die anderen nennen es Pain in the Ass. Entscheidet selbst, zu welcher Gruppe ihr gehört. Obwohl das Messer so kompakt ist, voller 4-Finger-Grip, kleine Rampe angebracht ohne Gymping. Unten ein minimal angedeuteter Fingerguard und gleichzeitig Klingenanschlag. Die Finger, Daumen und Zeigefinger betten sich von vorne herein an die richtige Position. Sicheres Arbeiten, kontrolliertes Arbeiten, fantastisch schlank und dünn ausgeschliffene Klinge. Dieses Teil, trotz der anfänglichen Probleme und trotz der mehreren Stops, die für viele Leute halt ein Problem sind, dieses Teil verdient absolute Bestnoten. Das ist ein fantastischer Performer. Das Ding macht richtig, richtig Spaß. In der 14C28N Variante absolut, absolut erschwingliches Taschenmesser, das richtig Freude macht. Das muss man ganz klar sagen. Das Wasp ist einfach ein tolles, tolles Teil. Und wer Bock hat und so ein bisschen Stahlnerd ist, der greift dann einfach zur S90V Variante und hat das absolute kleine Biest in der Hosentasche mit einem Stahl, der wahrscheinlich in den ersten Monaten noch nicht mal übers Leder muss, weil der einfach super die Schärfe hält. Ein nahezu perfektes kleines Slipjoint, das ihr jetzt natürlich wieder für 24 Stunden, das heißt den ganzen dritten Advent bis Montag um 10, wenn das nächste Video online geht, und 24 Stunden lang mit 10% Nachlass bei der Maxi in der Altonaer Silberwerkstatt kaufen könnt. Ich weiß nicht, wie viel Vorrat da ist. Ich weiß nicht, ob das auch für Nachbestellungen gilt. Keine Ahnung. So was steht immer im Raum. Natürlich gehe ich nicht davon aus, dass jetzt nach meinem Video plötzlich hunderte Manly Wasp bestellt werden, aber ich würde mich trotzdem freuen, wenn der ein oder andere jetzt durch diesen Rabatt dazu kommt, dann vielleicht dann endlich zuzugreifen bei einem Messerchen, was er vielleicht schon eine Weile vor sich hergeschoben hat, beziehungsweise die Anschaffung. Ja, Manly Wasp von mir definitiv und ohne jeden Zweifel nach Beseitigung der kleinen Probleme vom Anfang eine hundertprozentige Kaufempfehlung. Das Teil ist eine Bombe und ich schwöre euch, den Kauf werdet ihr nicht bereuen. Ein super Teil. Ich freue mich wirklich, dass das noch in die Aktion reingerutscht ist. Und ja, ganz, ganz lieben Dank an die Maxi und das Team von der Altonaer Silberwerkstatt. Ihr rockt ganz gehörig. Das ist gut so. Euch allen vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen wunderschönen dritten Advent. Genießt die Zeit im Kreise eurer Lieben oder wenn das Wetter mitspielt, auch an der frischen Luft. Ich sage an dieser Stelle wie immer, wir sehen, hören und lesen uns schon morgen wieder. Bis dahin. Bye, bye.